So, ich würde im Grunde, ehrlich gesagt, die hier verbessern und, ich glaube, mein, wo war denn das? Was, wir können hier keine Taverne bauen? Das ist ja echt abfuck. Ähm, oh, ein Magier, ein Magier. So, Magier. Wir wechseln mal kurz. Und zwar... Ach, jetzt gibt's ja noch eine Unterwelt. Na toll. So. Und zwar gebe ich dir alle die hier Monster. Und selber gehe ich mal kurz nach oben. Na? So. Wir spielen... Der letzte Satzlöser, der beste Deal with this Situation. Ja, hab ich ne Wahl. Arschloch. Was ist das für ein Kleeblatt? So ein Feld hatte ich echt noch nie. So. So. auf die Rübe. Dankeschön. Jetzt geh wieder zurück. Ich weiß, man sollte Einheiten nicht wegwerfen, aber ich mag es nicht, wenn sie so gemischt sind, übertrieben. Ähm. Sonst würde ich gerne... Haben wir echt hin zu Holz? Wir hatten doch Holz. Oh, wir haben es nicht. Es ist glätt einiges. Was ist das? Tschüss. Tschüss. Schuss. Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Warum ich jetzt nichts einkaufe, ist einfach nur, ich will eigentlich das Geld haben, weil das bringt uns schon dann auf Dauer echt viel. Hatte gemerkt, dass er hier nicht durchkommt. Also, ich will jetzt hier nicht durchkommt, dass er hier nicht durchkommt. Wups, wups, wups. So. Wohin, wohin. Haben wir das? Da müssen wir auch noch hin. Der geht nicht auf den Sack, der will das Ganze hier haben. Ach, du heilige Maria. Oh Gott. Die schießt, oh, und die Arschliche haben belebt. Wow. Was soll ich dazu noch sagen? Das wird ein Kampf. Das sind halt noch alle verbessert, ne? Das muss man bedenken. Ich bin mir nicht sicher, ob's nicht fail war. Die stört halt unsere Bogen schützen, deswegen muss es die loswerden. Aber das sollte auf jeden Fall zurückfallen. Lass mal. Ähm. Damit hat man jetzt den größten Teil ausgerottet. Äh, das gewinnen wir. Die töte dir. Die töte die. Aber die Zwerge sind schwach. Die könnten... Äh. Wäre ganz lustig, wenn wir jetzt verlieren würden. So, Spaß. Retreat. Retreat. Klingt ganz lustig. Oh. Wir können hier Boote brechen. Taverne. Was? Verbesserte Bogenschützen. Und Free Pferde. Yes, Milocht. Nein. Nein. Ach, du Scheiße.